Oh Leute, lange nicht mehr gesehen. Ich hatte die letzten sechs Tage aufgrund eines sehr, sehr dummen technischen Fehlers seitens der Telekom, sechs Tage kein Internet, also jetzt die letzten sechs Tage hatte ich kein Internet und ich konnte nix machen, aber dafür habe ich die GTA Singleplayer-Kampagne gespielt, die übrigens sehr cool war, kann ich jedem von euch ans Herz legen und ja, jetzt habe ich wieder Internet. Es tut mir sehr leid, dass jetzt die letzten sechs Tage lang nix kam, aber ich konnte nix dafür und ja, ab jetzt kommt wieder was. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, ich bin total geflasht, weil, oh, oh, einfach Internet geht wieder. Oh, endlich. Auf jeden Fall, jetzt geht es wieder weiter. Morgen weiße Minecraft, übermorgen, bap, dann rater den Song und so, also es geht wieder ganz normal weiter. Heute kommt noch eine Folge Minecraft Mark, mal wieder, ne? Und ja, ich glaube, jetzt sind wir endgültig die allerletzten in dem Projekt, was Fortschritt angeht. Naja, also ich konnte nix dafür. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm, die Zeit ohne mich. Ich hoffe, eure Gehirnzellen konnten wieder ein bisschen regenerieren. Und ich würde sagen, tschüss! 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 Vielen Dank.